Das erste Stück heißt, hier könnte Ihre Werbung stehen. Viel Spaß! Rufen Sie Köchern und bestellen Sie noch heute. Locken Sie sich ein und treffen Sie nette Leute. Haben Sie Vertrauen? Mein Gott, bleiben Sie da stehen. Nehmen Sie einfach diese Pille und die Welt ist wunderschön. Das ist sie aber nicht. Ich fresse bei der Suppe nicht. Wer nur in der Suppe fresse ich nicht. Lieder gehe ich an der Runde vor die Hunde. Ein Starren zugrunde. Ich fresse bei der Suppe nicht. Wer nur in der Suppe fresse ich nicht. Lieder gehe ich an der Runde vor die Hunde. Ein Starren zugrunde. Lieder sehen uns auf jeden Fall. Lieder gehen und sie sind auf jeden Fall. Wie passt das an? Wer ist die Zeit? Das ist eine Sache. Wunderbar. Wie ist die Zeit? Wie war das Geld? Wie die Siege in der Welt versprechen, wie die Welt. Wie die Siege in der Welt. Es kommt mir nicht an, es war nur ein Versier. Doch, es gab nur nicht alles, was wir sie verstehen. Das wurde ich aber nicht. Ich fasse ein neues Sumpen, nicht. Ich fasse ein neues Sumpen, nicht. Wie die Liebescheinung, bevor die Runde. 1 Jahre zur Runde. Ich fasse nicht die Fähre zu reden. Nein, einmal hat es nichts. Aber das wird so nicht sein. Aber singen von jedem Minuten ab. Das kann auch nicht so weit noch passieren. 1 Jahre zur Runde. 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 Lieber geh' ich eine Runde vor die Runde. Als der letzten Runde, ich esse eure Suppe nicht. Eure Suppe fress' ich nicht. Lieber geh' ich eine Runde vor die Runde. Als der letzten Runde, ich esse eure Suppe nicht. Vielen Dank. Warum sind wir heute hier? Uns hat ein Satz beeindruckt auf der Seite des Veranstalters von Ludo. Übrigens erstmal auch großen Applaus hier für alle Veranstalter, die seit zwei Wochen hier extrem rotierend und am Werkel sind. Uns hat ein Satz begeistert. Wir sind hier, weil wir eine Gesellschaft wollen, die Menschlichkeit über wirtschaftliche Interessen stellt. Und der zweite, wir brauchen eine ethische Revolution. Was auch heißt eine friedliche. Schön, dass ihr heute alle hier friedlich seid. Lasst uns etwas frischen Wind hier reinbringen. Frischer Wind. Das ist ein Satz begeistert. Das ist ein Satz begeistert. Ich bin der Verschwinden, der durch eure kleine Siedlung lebt. Ich bring' euch die Klarheit, die ihr in eure Träume seht. Und fliege durch eure weißen Bess und den Dreck, den ihr unter den Teppich kehrt. Es hat keinen Zweck zu leugnen oder die Luft anzuhalten. Ich werde mich in euren Lungen entfalten. Und in kleinen Bläschen eure Herzchen geladen. Ich weh' euch an, haltet mich nicht gefangen. Schreibt mich heraus und lasst mich fliegen. Ich bleibe nur kurz und komme in Frieden. Ihr könnt mich nicht sehen. Ihr könnt mich nicht riechen. Ihr könnt euch nicht vor mir verkriechen. Ich bin der Verschwinden, ich komme und gehe. Ich bin der Verschwinden, ich bin der Verschwinden. Wenn ihr mich ausmachtet und mich füttert, könntet ihr wegziehen. Ihr werdet erschüttert. Was alles in mir steckt. Ich bin kein Absam, der Subjekt. Wenn ihr, der euch ins Kranken bringt. Euch fliegen lässt, wo Schranken sind. Ich bin kein Morgen, bin das jetzt. Der Fernand, der mich übersetzt. Zu neuen Ufern und neuen Gedanken. Zum Teufel mit allen Grenzen und Schranken. Ich bin kein Absam, der durch eure Lippen pfeift. Ich bin nur ein Anfang, nicht ausgereicht. Doch ein guter Beginn. Ich bin keine Botschaft. Ich bin kein Wissen, mehr ein Spür. Ich glaube daran, darum bin ich hier. Ich bin nur eine Option und die Möglichkeit, sie zu nutzen. Ich bin bereit. Ihr habt mich erkannt. Darum greift mich auf. Gemeinsam nehmen wir uns im Lauf. Doch ich lerne euch. Der Weg ist weit. Doch irgendwann kommt uns der Zeit. Vielen Dank. Seh ich das drüben gar nicht. Gibt's euch gut? Friert ihr? Wir auch. Wir auch.